Mein Name ist Bernd Neugardt. Ich bin Geschäftsführer der Neugardt GmbH, ein Familienunternehmen, mittlerweile in dritter Generation. Ich führe das Unternehmen gemeinsam mit meinem Cousin Thomas Herr. Ich bin so frei, darauf zu verzichten, beispielsweise Produkte ins Ausland zu verlagern, um billig dort herzustellen und diese Dinge dann wieder nach Deutschland zu importieren. Der Sonntag ist für uns der Ruhetag und er wird auch in Zukunft der Ruhetag bleiben. Wir werden darauf verzichten, den Sonntag als Arbeitstag zu implementieren. Ein Regelwerk, wie in großen Konzernen das existiert, genannt Corporate Governance, bei dem vor allem die Führungskräfte angehalten sind, sich nach diesen Regeln zu benehmen und ihre Mitarbeiter zu führen, ist bei uns nicht notwendig, weil wir uns an den christlichen Werten orientieren und hier unsere Mitarbeiter sehr, sehr gut und eng und persönlich und vertrauensvoll führen. Und das unterscheidet uns natürlich sehr stark von den großen Konzernen. Ich bin so frei, im Bosaunenchor mitzuspielen. Denn es macht mir viel Freude, mit den Bläsern gemeinsam die Proben zu gestalten, aber natürlich auch die Gottesdienste, an den Gottesdiensten teilzunehmen. Und das gibt mir viel Kraft für die Wochen und für die Arbeit, die ich dann hier im Unternehmen ableisten muss. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!